Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht habe. Wunderbar sind deine Werke. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich bin einzigartig. Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der so ist wie ich. Seit dem Bestehen der Menschheit hat es niemals einem Menschen gegeben, der so ist wie ich. Niemand hat das gleiche Lächeln. Niemand hat meine Augen, meine Nase, meine Haare, meine Stimme. Ich bin einzigartig. Es gibt niemanden auf der Welt, der die gleiche Schrift hat wie ich. Niemand sonst auf der Welt hat die gleichen Vorlieben beim hätten. In der Musik, in der Kunst. Niemand sieht die Dinge so, wie ich sie sehe. Seit dem Bestehen der Welt hat es niemals einem Menschen gegeben, der so lacht, wie ich es tue. Und auch keinen, der so weint, wie ich es tue. Und was mich zum Lachen bringt oder zum Weinen, wird niemals genau dasselbe Lachen oder Weinen bei einem anderen Menschen verursachen. Niemand reagiert auf die gleiche Situation genauso, wie ich es tue. Ich bin einzigartig. Ich bin der einzige Mensch in der Schöpfung, der diese Fähigkeit besitzt, die ich besitze. Natürlich wird es immer jemanden geben, der besser ist in den Dingen, die ich gut kann. Aber niemand im ganzen Universum wird jemals dieselbe Kombination aus Talenten, Ideen, Fähigkeiten und Gefühlen besitzen wie ich. Es ist wie bei einem Raum voller Musikinstrumente. Manche Instrumente mögen sich auch alleine durch gute Leistungen hervorrufen. Aber keines kann diesen wunderbaren Klang alleine erreichen. Denn alle Instrumente gemeinsam erreichen wie in einer Symphonie. Meine Persönlichkeit ist wie eine Symphonie. In aller Ewigkeit wird niemand einem Mensch so aussehen, reden, gehen, denken oder handeln wie ich. Ich bin einzigartig. Ich bin selten. Und diese Seltenheit macht mich so wertvoll. Weil ich so wertvoll und einzigartig bin, muss ich nicht versuchen, andere zu imitieren. Ich kann meine Anderskeit akzeptieren, ja sogar mich darüber freuen. Ich bin einzigartig. Ich beginne zu begreifen, dass es kein Zufall ist, dass ich einzigartig bin. Ich beginne zu verstehen, dass Gott mich aus einem ganz speziellen Grund so einzigartig gemacht hat. Er hat eine Aufgabe für mich, die außer mir niemand so gut erfüllen kann, wie ich. Bei den Tausenden und Abertausenden von Bewerbern gibt es nur einen einzigen, der die Anforderungen erfüllt. Nur einen einzigen, der genau die Kombination besitzt, die nötig ist. Und dieser Einzige bin ich, ja weil ich einzigartig bin. Psalm 139, Vers 14 Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Amen. Amen.